Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht zur Übersetzung für die Zuhörer auf den Tribünen, auch wenn hier das etwas verkürzt heißt, Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze. Darüber reden wir heute gerade nicht, sondern wir reden über die Umsetzung einer Richtlinie der EU, wo es darum geht, diese Netze erleichtert auszubauen. Leider sind wir beim Ausbau noch weit hinter dem zurück, was nötig ist. Das lässt sich auch nicht verbergen hinter solchen wortgewaltigen Darstellungen, wie sie vom Verkehrsminister kommen. Da wird davon gesprochen, geradezu bombastisch vom Sprung in die Gigabyte-Gesellschaft oder wir machen Deutschland fit für die Gigabyte-Gesellschaft. So heißt es, jede Baustelle bringt Bandbreite, wurde eben noch einmal gesagt. Oder auch ohne dieses Gesetz werde auf die Chance verzichtet, Zitat, auf allen Stufen des Ausbaus digitale Hochgeschwindigkeitsnetze Kosten zu senken oder zu vermeiden. 20 Milliarden Euro sollen künftig eingespart werden, wenn Glasfaserausbau passiert. Diese auf drei Jahre angelegten Zahlen werden doch nur vom Verkehrsminister, nur von Herrn Dobrindt behauptet. Wenn wir uns die Stellungnahmen der Verbände mal ganz genau angucken, das sind nicht nur die eigenen oder wir oder uns nahestehende Verbände, sondern ganz allgemein die Verbände, wie die es denn sehen. Ich meine, es muss an dieser Stelle wahrgenommen werden, dass es intensive, fundierte Kritik der Verbände an diesem Gesetzentwurf gibt. Ich will nur einige davon nennen. Die Richtlinie wird kritisiert vom Verband der Breitbandindustrie. Und es wird insbesondere darauf hingewiesen, das, was dort an Einsparvolumen angekündigt worden ist, ist überhaupt nicht realisierbar. Völlig unrealistisch, weil es voraussetzt, dass bis zu 80 Milliarden Euro investiert werden müssen. Und von diesen Summen sind wir weit, weit entfernt. Das heißt, dieses angekündigte Einsparvolumen wird es überhaupt nicht geben. Nun haben wir wirklich nur ein Gesetz zu tun, mit einem Gesetzentwurf zu tun, der sich im Wesentlichen um die Umsetzung einer Richtlinie kümmert. Die Richtlinie ist seit 2014 in Kraft. Eigentlich sollte sie schon am 01.01.2016 im nationales Recht umgesetzt werden und dann die Zukunft des Breitbandausbaus regeln. Und zwar auch, ob nicht zukünftig intensiver vorhandene Infrastruktur, sei es Ver- und Entsorgungsleitungen der Kommunen oder auch andere Leitungen benutzen, ob die nicht auch genutzt werden sollten, weil es günstiger zu sein scheint. Auch der Zugang zu bereits verlegten Kabeln und Leerrohren soll geregelt werden. Aber so flott geht das nun doch nicht mit dem schnellen Internet aus dem Hause Dobrindt. Nur könnte man, man könnte ja geneigt sein, dass besonders gründlich gearbeitet wird, wenn es alles ein bisschen länger dauert, dass die Vorschläge und Anregungen der betroffenen Länder und Kommunen einbezogen werden oder dass die Verwände, die kommunalen oder auch die privaten Wirtschaftsverbände gefragt werden, was denn in diesem Gesetz geregelt werden muss, um wirklich diesen entsprechenden Sprung in die Digitalisierung zu machen. Das scheint nicht passiert zu sein. Die Kritik, wie gesagt, ist vernichtend, insbesondere in Bezug auf die 20 Milliarden Einsparvolumen. Der Verband der kommunalen Unternehmen, der VKU, das ist ja nun auch inzwischen eine Staatssekretärin, die dort Verantwortung trägt, spricht von einem inkonsistenten Gesetz, von überhöhten Erwartungen und davon, dass die konventionelle Verlegung oft kostengünstiger sei, als die jetzt hier angedachte. Das bestätigte auch mir, ein Netzbetreiber, und der nannte mir auch Zahlen. Er sagte, ein Meter Tiefbau im klassischen Sinne kostet zwischen 20 und 30 Euro. Diese komplizierte, technisch sehr aufwendige Idee, auch Fair- und Entsorgungsinfrastruktur zu nutzen oder sogar ins Gasnetz zu gehen, kostet 80 Euro. Das heißt, wer hier von Infrastrukturkosteneinsparung spricht, der hat irgendwas nicht mitbekommen. Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdienstleistungen schreibt in seiner Stellungnahme, die Kostenreduzierung sei extrem hoch angesetzt. Auch Kabelanbieter privat unterwegs sagen, wie Unity Media beispielsweise, die sagen, die Zahlen sind sehr hoch gegriffen und in keiner Weise belegt. Auch das ist ein Hinweis, den wir auf jeden Fall wahrnehmen müssen. Was ist stattdessen notwendig, statt dieser vollmundigen Ankündigung? Erstens, die bereits vorhandene Infrastruktur beim Netzausbau muss konsequent genutzt werden. Wir brauchen da nichts Neues zu erfinden. Schließlich sind Fair- und Entsorgungsleitungen bereits schon heute nutzbar, aber sie werden nicht genutzt. Ich habe die Gründe eben genannt. Es ist einfach teurer, diese vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Alles, das fordert beispielsweise auch der Bundesrat, dort offensiver heranzugehen, beispielsweise, dass man Einsicht bekommt in den Infrastrukturatlas. Heute ist es nur möglich, in diesem Atlas, wo alle Fair- und Entsorgungsleitungen verzeichnet sind, nur dann einzusehen, wenn man ein konkretes Projekt vor sich hat. Das ist nicht möglich, um wirklich eine wegweisende Strategie zu entwickeln, die im Vordergrund sieht, wir müssen unversorgte Gebiete mit Glasfaserkabel versorgen. Da, wo schon schnelles Glasfasernetz liegt, das wissen wir häufig. Also, an dieser Stelle muss der Gesetzentwurf umgeändert werden. Er sieht hier lediglich vor, dass Investoren, die privat oder öffentlich in diese Liste reingucken sollen, dass dieser Atlas geöffnet wird. Zweitens. Wir brauchen verlässliche und realisierbare Investitionen in den Netzaussbau. Ankündigungen bringen keinen Euro. Es reicht nicht aus, ausschließlich an den Rahmenbedingungen herumzudoktern, um die Investoren mal so weit zu bringen, dass sie nun doch ihr Geld investieren in dieses Feld. Der Breitbandausbau mit Glasfaser ist eine öffentliche Aufgabe. Dazu gehören Investitionen aus dem Bundeshaushalt. Andere Staaten haben es vorgemacht. Und da sind wir heute beim Industrieland Deutschland noch weit hinten dran. Das sagen Sie zahlen. Drittens. Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Kostenreduzierung gehört auch dazu, dass parallele Netze, der sogenannte Überbau, verhindert wird. Wenn das nicht verhindert wird, werden Investitionen von privaten, aber auch von öffentlichen Investoren entwertet. Das bedeutet einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden. Und das ist eindeutig das Gegenteil von Kosteneinsparung. Die Linke hat immer wieder die fehlenden öffentlichen Investitionen im Glasfaserausbau kritisiert. Angesichts dieses Gesetzentwurfs wird sich das nicht ändern. Wir haben gefordert, dass die Telekom AG, bei dem der Bund ja immer noch zumindest beteiligt ist, als marktbeherrschendes Unternehmen eine besondere Rolle spielen muss. Doch die Telekom wird nicht mit Forderungen konfrontiert, sondern im Gegenteil, sie wird geschützt, wenn es darum geht, dass andere Anbieter beispielsweise ihre Infrastruktur mitnutzen wollen, gegen Gebühr selbstverständlich. Sie soll das ja nicht altruistisch einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Interessant ist dabei auch, dass keine laute Kritik von der Telekom an diesem Gesetz kommt. Nur da, wo die Zugangsrechte zu ihrer Infrastruktur aufgerufen werden, da werden Sie mit mal rührig und melden sich zu Wort. Die Bundesregierung ist aufgefordert, Unternehmen nicht ständig zu pampern, um sie zu Investitionen zu bringen, wenn sich die renditeorientierten Unternehmen nicht bewegen. Wir brauchen auch keine weiteren Strategien, davon haben wir wirklich in Hülle und Fülle, sondern wir brauchen eine konsequente und eine einheitliche, eine abgesprochene, koordinierte Strategie der zuständigen Ministerien. Und daran fehlt es weit, weit in der Zukunft. Und ich fürchte, dass wir dort an dieser Stelle auch mit dem Digi-Netz-Gesetz üben.